In den Outlook-Optionen kann man hier über den Kalender Einstellungen vornehmen, was die Dauer von Besprechungen betrifft. Hier wähle ich immer sehr gerne das Verkürzen von Terminen und Besprechungen, dass die einfach früher beendet sind. Und zwar, wenn sie weniger als eine Stunde dauern, dann lässt sich hier einstellen, um wie viele Minuten das Ganze verkürzt werden soll. Und wenn sie länger als eine Stunde dauern, wie viel dann verkürzt werden darf. Ich finde das eine wunderbare Funktion, einfach weil man dadurch auch wieder Blöcke dazwischen schafft, um sich auf die Termine vorzubereiten oder eben auch Termine nachzubereiten. Viel Erfolg damit!